Dagmar Wörl erinnert mit Schwarz-Weiß-Fotos und liebevollen Zeilen an ihren Sohn Manu, der am 1. Juli vor 21 Jahren ums Leben kam. Mit süßen Schwarz-Weiß-Fotos erinnert die Höhle der Löwenstar Dagmar Wörl, 68, an den 21. Todestag ihres Sohnes Emanuel. Mit nur zwölf Jahren war er am 1. Juli 2001 bei einem häuslichen Unfall ums Leben gekommen. Lieber Manu, weißt du noch, wie viel Spaß wir bei unserem letzten Urlaub hatten? Wie selbstverständlich ich die gemeinsame Zeit mit dir genommen habe, richtet sie sich in ihrem Instagram-Post direkt an ihr Kind. Hätte ich geahnt, dass wir so bald getrennt werden, hätte ich dir noch so viel gesagt und ich hätte mir deinen letzten Kuss fest eingeprägt, fährt sie fort. Dagmar Wörl, du fehlst. Weiter schreibt sie, ich weiß, du würdest nicht wollen, dass ich voll Trauer an dich denke, aber das fällt so verdammt schwer. In deiner Gegenwart erschien alles so viel leichter und fröhlicher. Du hattest uns als Familie vollkommen gemacht. Du fehlst. Ich umarme dich. Ihre Nachricht schließt sie mit in Liebe, Mama. Auch in den Hashtags lässt sie ihren Gefühlen freien Lauf. Ich vermisse dich, mein Herz und Liebe endet nie, schreibt sie. Emanuel stammt aus der Ehe, seit 1984, von Dagmar Wörl mit dem Unternehmer Hans-Rudolf Wörl. Das Paar bekam zwei Söhne. Markus kam 1985 zur Welt, Emanuel 1988. Viele Promimütter reagieren. In den Kommentaren sind auch viele Promimütter zu finden, die rote Herzen hinterlesen, Kathy Hummels, Judith Williams, Jenny Elvers oder Frauke Ludowig. Ober Franz K bunch am Ende. Aber so land ist sicherlich, müssen ониque�verAge. Sehr schön, bis jetzt. Was.